Jacob's Ladder Der beginnt mit einem Grapebein nach rechts und Tipp Grape, Wein, rechts, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Das gleiche auch nach links Grape, Wein, links, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Mal zusammen, von Anfang 7, 8 Grape, Wein, rechts, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Grape, Wein, links, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Mal zusammen 7, 8 Grape, Wein, rechts, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Grape, Wein, links, Tipp Hiel, Huck, Hiel, Tipp Wir machen jetzt zweimal einen Schritt mit rechts nach vorne Halten Eine Viertel, eine Viertel, eine Viertel, eine Viertel, Drehung, Halt Jetzt das zweite Mal, Schritt halten, eine Viertel, eine Viertel, Drehung, halten Jetzt würde ich das aber gerne dranhängen und zwar auf 6 Uhr, damit ihr quasi nach der Drehung sehen könnt, was ich da veranstalte Ja, also wir fangen jetzt hier mit dem Grapebein und Tipp an. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Schritt, Halten, Drehen, Halten. Wir machen jetzt einen Grapebein nach rechts mit einem Hitsch und Klatschen. Das heißt, wir machen also Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch. Ja, zusammen, 7, 8, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch. Okay, dann machen wir mal von Anfang, aber wir können ja hier jetzt wieder anfangen. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch. Okay, einmal würde ich gerne machen. Wir fangen hier jetzt an. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Hook, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch. Wir machen einen Schritt mit rechts nach rechts, dann wird der linke Fuß nach rechts gekickt, schräg rechts, links, mit der rechte nach vorne gekickt. Also wir machen 1, 2, 3, 4 und dann machen wir einen Crater mit einer Vierteldrehung. Ich mache mal gerade einmal zusammen. 1, 2, 3, 4, seit dahinter, drehen, ransetzen. Stimmt, dann braucht man nämlich Gewicht auf beiden Füßen. Ich habe den auch am Dienstag erst gelernt, deshalb muss ich zwischendurch auch immer nochmal gucken. Okay, so, nochmal. Wir machen ab, Grape, dann rechts mit dem Hitsch. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, Viertel, Ramp. Nochmal abgestellten, 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Schritt, Kick, Grape, Wein, Viertel, Ramp. Ganz eigentlich stehen wir ja jetzt da, ne? Wir machen mal ganz am Anfang. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, hoch, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp. Heel, hoch, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, Viertel, Ramp. Nochmal abgestellten, 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, hoch, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp. Links, Tipp, Heel, hoch, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, Viertel, Ramp. Wir machen zweimal die Hacken auseinander und wieder zusammen. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist er schon fertig. Ja, also wir haben den Grape, Wein, gemacht mit der Drehung und Ran, zweimal die Hacken auseinander und zusammen, dann auf der Stelle stampfen und klatschen und dann am Ende das Gewicht auf dem linken Fuß haben, weil wir nach rechts mit dem Grape, Wein wieder losgehen. Ja? Okay, wir machen Anfang. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Grape, Wein, Viertel, Ran, Ab auseinander, zusammen, Stump, Stump, Klapp, Klatsch. Okay, einmal noch, einmal noch, dann versuchen wir uns mal an der zweiten Wand. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Schritt, Drehen, Schritt, Drehen, Drehen, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, Wein, links, Hitsch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, drehen, Ran, Hacke, Hacke, Stump, Stump, Klapp, Klatsch und Klapp. Okay, wir begeben uns an die zweite Wand. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp, Schritt, Halten, Drehen, Halten, Grape, Wein, rechts, Hitsch, Grape, links, Hitsch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, Viertel, Ran, Hacke, zweimal. Stump, 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 klatsch und klatsch. Was man sich gut merken kann ist man beginnt mit einem Grape, macht dann zweimal die Vierteldrehung, da kommt wieder ein Grape, dann hat man einen guten Teil eigentlich schon geschafft. Dann kommt quasi nur noch das mit dem Kick und die Drehung. Wie machen wir die dritte? 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Huck, Heel, Tipp. Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Hoch, Heel, Tipp, Schritt, halten, drehen, Schritt, halten, drehen und wieder, Grape, Wein, rechts, Hitch, Grape, Wein, links, Hitch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, drehen, ran, Hacke, Stamm, Stamm, Klatsche, Klatsche. 4. Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Hoch, Heel, Tipp, Grape, Wein, links, Tipp, Heel, Hoch, Heel, Tipp, Schritt, halten, drehen, halten, Schritt, halten, drehen, halten, Grape, Wein, rechts, Hitch, Wein, links, Hitch, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Grape, Wein, drehen, ran, Hacke, Stamm, Stamm, Klapp, Klapp. So, auf der Beschreibung, die ich hier habe, steht, dass am Ende der fünften Runde das letzte Päckchen doppelt getanzt wird. Also das mit der Hacke, ne? Zeit, mach gerade, Hacke, Stamm, Stamm, Klapp, 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 nochmal, Hacke, Hacke, Stamm, Stamm, Klapp, Klapp. Wenn wir am Dienstag beim Training nicht alle mehrmals falsch gezählt haben, ist es am Ende der vierten Runde. Ich zähle jetzt bei euch nochmal mit mit der Musik und dann hoffe ich, dass ich das gut hinkriege, weil ich tanze jetzt mit euch das zweite Mal auf Musik. Und dann geht's mit dem Runde. Und dann geht's mit dem Runde. Und dann geht's mit dem Runde. Das war's.